Schau dir diesen dunklen Edelstein an. Er pulsiert vor Bösartigkeit. Dennoch wäre er hübsch auf einem Verlobungsring. Was denkst du, Spyro? Vielleicht weiß der Drachenälteste, wie man ihn zerstückeln kann. Lern vom Drachenältesten, wie man den Edelstein zertrümmert. Ich weiß, du wirst es tun, weil du mich magst. Na los, Spyro, geh und such den Ältesten auf. Bitte, Spyro, du musst diesen Edelstein zertrümmern. In kleine, herzförmige Stücke, wenn möglich. Nimm nicht diese Brücke über den Sun, Spyro. Sonst seh ich dich vielleicht nie wieder.